der fahrt wieder links vorbei nicht? nicht mehr weg ja, das ist kaltes wenn man den Helm gar nicht hinlässt gut, gut, gut reifen wir mal zu, schau geht nicht Lauf, Schlampe, lauf! dann 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 Tan 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 Jetzt hat er mich. Und er ist komplett offen. Wenn der Haufen kommt, muss ich Haufen kommen. Der Regs probiert vorbei, weil ich jetzt gefahren bin. Ich bin jetzt erst der Regs gekommen. Ja, du bist hier runtergerutscht. Du bist auf der Menge weiter links rumgekommen. Probier noch einmal. Nein, da ist es bei viel zu. Alles? Nein. Na geh, geh nicht. Das ist ein Seil da. Zahne noch. Zahne noch. Buh! Was? Steiflein? Wieso? Wieso? Wo fahren wir da hin? Ich werde mich auch überdrehen. Ich glaube, oft könnt ihr mich mit der Droge holen. Wieso? Sicher. Wahrscheinlich mache ich gerade ein Profil rein. Ja, weil es eine Stunde ist. Der hat gar nichts konkreter. Nein, der ist ja Vorsicht dafür. Kommt schon. Kommt schon, kommt schon am Dachl hierher. Wieso gibt es denn denn Gas? Ich glaube der steht morgen hier. Sie sind geschreckt oder was? Es ist wieder zu langsam. Du bist langsam. Draufl, schade ist schön. Gas Game! Jetzt nicht? Ich wollte sie auf dem Song sagen. Ja. Spraglos. Muss er machen, oder? Muss er machen. Wir haben ja schon mitgearbeitet. Muss er machen? Ja. Jan Altovic. Muss ich machen. Muss ich machen. Nimm die ganze Zeit wieder gut. Die Konzination ist Sturz auf die Kine. Schafft es nicht diesen Berg hinauf. Schwache Leistung. Brauchst nächstes Druck! Das hilft nichts, oder? Schwache Leistung von Suzuki. Opel ist eine Nasenspitze. Voraus. Vielleicht kommt es auch auf den Fahrer drauf an, aber das steht noch in den Sternen. Der hat noch keinen zweiten Suzuki-Fahrer gefunden. Es geht weiter nach einer kurzen Verbe-Unterbrechung. Da da da. Was soll das denn her? Links probiert er es nach vorne. Links probiert er es nach vorne. Er probiert es nach vorne. Links probiert er es nach vorne. Geht sowieso nicht. Das lässt ihn gut ruhen. Links rutscht er gleich hoch. Jetzt kommt er... Wieder zu langsam. Ein kurzer Ausrutscher. Team Suzuki. Wurst. Scheiss da. Die Kühe ist abgesennt. Geil, Kuppe. Büt!